Willkommen bei Profi-Schnapp.de. Ich habe heute wieder im Showroom in Empfingen ein ganz besonderes Schnäppchen für Sie. Und zwar die Garnitur Tabu 22070 von Willi Schillig als zweiteilige Sofa-Kombi in der Z5921 Stone. Ein Kundenstorno von Otto.de. Was kann man sagen? Tabu ist das älteste Modell von Willi Schillig und so modern wie zu allen Zeiten. Ganz klassisch kubisch, Armlehnen verstellbar in drei Rastern. Somit können Sie hier wunderbar liegen. Ja, ich lasse mal meine Füße oben. Ja, Sie können sogar übernachten, wenn Sie beides runter machen. Klare, kubische Optik, feste Polsterung, Federkern im Sitz, ein pflegeleichtes Semi-Anilin-Long-Life-Leder. Eine schöne Kombination, besteht aus zwei Sofas, 2,30 Meter, 2 Meter in dieser dezenten Farbe. Kunde bei Otto bestellt, Kunde wieder zurückgegeben und ein Wahnsinns-Kurs für beide Sofas zusammen. Auch wenn Sie nur ein Sofa brauchen, haben wir von 22070 Tabu welche im Angebot. Geben Sie oben rechts bei uns im Suchfeld einfach 22070 ein. Das ist ein Oberschnäppchen für Leute, die viel Platz brauchen, die vielleicht auch mal eine Übernachtungsmöglichkeit brauchen und die einfach zwei Sofas mit viel Platz und einfachen Funktionen haben wollen. Willi Schillig, Tabu for you, wird mich freuen. Dankeschön und Tschüss, Ihr Lutz Reinhardt.